Der Zug ist durch und auf dem anderen Leid auf der Tour steht dann ein Autoreisezug. Ein Autoreisezug, so wie wir ihn gestern gesehen haben. Und hier steht die Zuglock, eine 52. Das kann man da nicht machen, weil... Ihr seht ja. Dann steht hinten noch ein Direktron und ein 641er, der auf seine Ausfahrt nach Spargel wartet.